Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. Feedback at heute.at ein aus Isara Lombardi, 26, hat es nicht leicht. Zeigt sie Haut, wird über ihre Freizügigkeit gewütet. Legt sie trotz sommerlicher Temperaturen Stoff an, wirft man ihr vor altmodisch zu sein. In der Kommentarleiste von Saras jüngstem Instagram-Posting tummeln sich allerlei fiese Anmerkungen. Vor Azublaum Himmel genießt die Sängerin den Ausblick übers Meer und eckt unverständlich erweise mit ihrer Garderobe an. Altbacken vs. Mega gut, den Bikini möchte ich nicht mal geschenkt, ist unter anderem in der Kommentarleiste zu lesen. So einen Bikini hatte meine Oma auch getragen. Im Senioren schwimmen mit 92 Jahren, meint ein anderer User, scrollt man durch die Wortmeldungen, stößt man aber auch auf jede Menge positives Feedback. Sehr süßer Bikini, tolle Farbe, steht ihr mega gut, so ein wohlwollender Fan. Bleiben sie informiert mit dem Newsletter von heute.at, das könnte sie auch interessieren, jetzt kommentieren, Kommentar lesen, LFD. Hier können sie einen Kommentar zum Thema verfolgen.